Äh, äh, ist Gunning am streamen oder was? Ja, wer denn sonst? Ich nicht, ich hab ne 16K-Leiter. Kann ich, hast du dich mal ankündigen oder was? Ich sag, das war grad keiner von uns, den hätten wir rein theoretisch beschießen können. Ich hätte mal einen anderen beschießen. Hält einen, oder? Hey, kann ich schießen? Das ist so'n hässliches Gesicht vor mir. Weck mich doch. Oh, er wusste sogar, wie gemeint war. Hier. Er ist ja voll saug, oder was? So, schieß den runter. Ja, ja, du musst weiterfahren, weiterfahren! Okay. Schieß auf die Fahrerkabine, schieß auf die Fahrerkabine. Oder Pilotenkabine, ist mir egal. Leute, was stimmt mit dir nicht? Ey, das sind voll die Cheater, glaub ich. Das ist einer abgestiegen. Ey, ich bin für sie nicht rausgefallen, glaub ich. Der ist tot. Ist tot. Gut, wieder einsteigen. Ich will den Heli haben. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Ja. Ja, ist doch gut. Dann steigst du gleich hier wieder ein, bitte. Ich sitz doch die ganze Zeit. Ich sitz doch die ganze Zeit. Bounty? Ja? Ich kann an der Feststellung nur Positives abgewinnen. Ja, danke. Oh, ich lieb dich so. Ja, ich dich auch, du Bastard. Nein, geh weg von diesem Heli, Alter, der ist gefährlich. Bounty kommen wir jetzt hier. Geht nicht zu dir, die rennen, der geht nicht. Was stimmt mit dem? Die wollt ihr denn nachtanken, oder was? Ahnung. Was wär das? Das muss strange aus sein, was der hier abzugen hat, ey. Dann musst du das unbedingt noch mal üben, hier. Ja. Okay, das war nicht die Tür. Vorsicht. Wollen wir das Haus hier vorne reingehen erstmal? Und uns so sortieren? Okay, kommt ein Alter. Strider. Warte, 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 warte. Ja, bleib stehen. Ich geh rechts rum. Boah, rechts, hier vorne flirrt wohl. Er ist tot. Ist tot. War ein anderer. Ich hab mich auch richtig dumm hier hin navigiert, muss ich sagen. Das ist nämlich gerade der Einstiegspunkt der anderen. Alles klar, Alter. Okay, ich bin tot. Wo, wo? Ähm, die Straße rüber, das Gebäude, was eins geschieht, rechts davon, bei dem Steinmauer. Ja, ja. Alles klar? Ja. Ja, ich seh's. Aber ich seh ihn noch nicht. Ja, der ist bloß kurz rausgeloogt und, äh. Ja, die Position ist dumm. Wir müssen hier eigentlich weg. Schaffst du das, mich wiederzuholen, oder? Ja. Ja, ich gucke, ich gucke gleich. Warte. Wenn nicht, ist kein Problem. Dann respawne ich und dann fahre ich schnell irgendwie wieder. Ja, noch bin ich ziemlich nah. Warte. Dann nehme ich mir was gepanzertes. Der Panzer ist ja wohl nicht da raus. Scheiße. Was los? Ich hab grad eingesehen, der ist im Gippisch abgehauen. Ja, dann verkrümmel dich da und du bist ziemlich dumm gerade auf einer scheiß Position. Was nur noch, äh, Roro Raider bei dir. Roro Raider. Wie behindert. Dein nickname ist behindert, Roro Raider. Obwohl eigentlich nicht. Eigentlich ist er auch ein bisschen... Wird es nicht ja Lolo halten? Ja, er trifft mich instant mit der Safir, Junge. Instant. Er ist ja halt nicht so'n Kacken. Jetzt kann ich dich übrigens nicht mehr wiederholen. Alles klar. Respawn. Ah, ich hab ihn noch getötet. Er ist gestolpert. Fuck you, Alter. Ja, hier in dem Vorgarten. Mit den Bäumen beim Spielplatz. Ja. Okay, da wo wir quasi sowieso gerade... Okay, ich bin leider Gottes auf dem Dach gelandet. Auf dem Dach. Aktuelle Position. Heikel. Auf dem Dach. Erkannt. Auf dem Dach. Okay. Ich bin unter dem Dach. Ich versuch auf die Mauer zu fallen. Ah, Bein gebrochen. Kurz verarzten. Da ist einer. Ja, ich muss mich verarzen. Okay, der ist schon verwundet. So, ich muss kurz GPS anmachen, damit ich seh, wer von euch ist hier. Ich bin direkt bei dir, Nani. Boah, Fox Mulder ist tot. Fox Mulder? Okay, ich bin direkt quasi hinter dem kleinen Kabuff, den du da als Safe-House ausgewählt hast. Ich renne hier ein bisschen rum und hol die Streuner weg. Achso, das ist einer von uns, oder? Der da was Blaues über dem Kopf hat. Boah, so offen auf der Straße. Ich seh da nur so ein Arztzeichen. Ne, ja, den können wir wieder überleben, ja. Aber ist das denn einer von uns? Ja. Alles klar. Versuch mal. Revive. Wo ist dieser Scharfschütze? Hey, wir haben Besuch. Okay, okay. In meiner, in meiner Richtung. Da, wo dieser blöde Rauch herkommt. Komm, ich komme, ich komme. Da war gerade einer. Hey, da sind zwei. Andere Seite kommt ja gleich rum. Ja, dann guckt einer nach links, einer nach rechts. Gandhi, du guckst nach vorne. Bauen sie du nach links. Ja. Ja, ich gucke nach links. Alles klar. Und ich stelle mich hier auf den Podest und sehe einfach nur gut aus. Model. Oh yeah. Hi Sky. Hast du es endlich geschafft. Nice. Okay, ich gehe weiter rechts rum. Ich versuche ihn zu flankieren. Ich komme mit, auf der linken Seite. Ach ja, ich habe gar keine Schlampe. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Der kommt aus dem Busch. Oh, er hat mich auch noch weggekriegt. Dieser ist der tot? Dieser Fick, ich weiß es nicht. Nee. Ich habe mich nicht gekillt, man. Ich habe alles in den Reihen geholzt. Meine ganzen 0,001 Millimeter Geschosse. Okay, du hast ihn ein paar sehr böse Mökenstiche zu machen. Diese Schüsse höre ich aus Richtung Tower 5 gerade. Ja, das ist klar. Aber ich denke, wir sollten... Da vorne bei Tower 5 geht einer mit dem Fallschirm runter. Habe ich gesehen. Ich sehe auch einen Helikopter bei Tower 5. Da vorne steht ein E-Fried. Oh. Alles klar. Hier wird geschossen. Bei mir direkt vom Haus. Hier drinnen. Hier drinnen. Hier drinnen ist mindestens einer. Ich behalte den Vordereingang im Auge. Ihr den Hintereingang. Ich spott kurz wo der... Okay, der ist hier noch. Der ist direkt bei mir im Raum hier. Auf dem anderen Haus. 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 Ich bin von hinten reingegangen. Ich bin verletzt. Vorsicht. Ich auch. Du bist down. Ich kann nicht mehr schnell laufen. Ich bin tot. Ich hole euch gleich. Wartet. Wir sind hier bei Tower 5. Okay. Ich weiß nicht ob man in der... Da laufen draußen läuft einer. Den kriege ich. Mach das. Hä? Ne, ich glaub jetzt kommt da rein. Jetzt kommt da glaub ich rein. Warte, pass auf. Ja, ich hab dir den Eingang im Auge. Also die Treppen. Mach du mal dein Ding da woanders, alter. Du nervst gerade. Alles klar. Nicht hoch gucken. Hast du gerade mit der Schrottig geballert oder so? Ich hab nen MG. Ah, alles klar. Die laufen... Die laufen neben unserem Haus. Rechts von dir laufen da die Straße lang. Ja, wenn die hochkommen dann hau ich sie weg. Lol. Fuck you. Der kommt hoch. Bleib in dem Haus wieder. Der ist auch tot. Oder? Ich glaub ich hab den. Ich hab ihn gekillt. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ja, Team Assist. Nee. Ja, wir haben uns gegenseitig getötet. Pass auf, da ist aber noch einer. Glaube ich. Hol mich wieder. Ne, da ist noch einer. Unten ist noch einer. Unten ist noch einer. Aber der lookt gerade ganz dumm rum. Der lootet da irgendwas. Ich glaub der holt ihn wieder. Der holt ihn wieder. Der holt unten den anderen wieder. Der ist unten direkt beim Treppenaufgang. Nice, sehr schön. Gut gemacht. Nein. Da kommt noch einer. Ich hör noch Steps. Ich seh beim Treppenaufgang aber grad gar keinen. Er kommt, er kommt, er kommt. Wo bist du? Ja. Ach, ist das ein Pisserl. Er hat dich getötet. Alles klar. Wir haben uns teuer verkauft. Alles gut. Sollen wir jetzt abspringen oder nicht? Nein. Kannst auch abspringen. Dankeschön. Du bist behindert. Du bist. Wir haben's dreimal gesagt. Down. Down. Ich hab gefragt. Ich hab gedacht. Ja. Ich hab dir dreimal gesagt. Dass wir landen. So. Welches? Ach halt die Schnauze. Von wo kommt das? Von wo kommt das? Ich bin tot. Hinten. Ja hint? Ich ertrossel. Ich versuche euch da gleich zu holen. Hier wir rennen in die Häuserkette rein. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Ihr seht doch alle diese scheiß fucking Map. Norden ist oben. Osten, Süden, Westen. Easy going. Ich schwör's dir. By God. Ich hau dir in die Fresse. Schwör's by God. Ja. By Raptor Jesus. Ich schwör's. Oh mein Gott. Ich habe keine fucking Waffe. Wo ist meine Waffe? Die Waffe wird doch da liegen. Ich habe keine fucking Waffe. Gott hat dich bestraft dafür. Schnauze. So. Chris und Endseite da vorne. Bleibt mal ein bisschen beisammen bitte. Hast du ihm jetzt die Waffe weggenommen und dann revived? Ja. Ich hab's ihm gesagt. Ich hab ihm gesagt, Bro. I need your weapons. Pass auf Schüsse. Ich muss mich zusammenreisen. Tower 5 hat immer noch der Typ. Wir müssen den Tower 5 für uns kraschen. Weil da geht schon welche ran. Alles klar. Wollen wir mit ran oder was? Vorsicht. Ich bin auf Tower 5 oder was? Ich bin kurz vor Tower 5. Da sind ein paar. Ja. Ja. Unten? Ja ne. Nee. Erste. Erste Dingsrum. Ja. Hättest du wohl gern gehabt. Du kleiner Loscher. Scheiße. Ich muss mich selbst holen eben. Alles klar. Kill Assist. Einer ist tot von denen. Ich bin unten. Warte. Ich hole den Kursio wieder. Ja. Ja. Garni? Ich hab ihn. Alles gut. Ja, renn nicht zu weit vor. Ich hole jetzt gerade einen wieder. Ich bin gleich als Support da. Jo. Oben. Kommen sie jetzt. Wenn irgendeine Tür aufgeht, dann schreien. Einer ist bei mir. Nice. Es sind zwei Stück. Alles klar. Ich bin froh. Ich bin froh. Garni weiß Bescheid. Zwei Stück unten an der Treppe. Einer links. Einer rechts. Wo ist die rechte? Die kommen hoch. Die kommen hoch. Alles klar. Wir haben die Türen im Blick. Der kloppt mich gerade mein Zeug. Der lootest mich schon. Jetzt ist einer unten. Beide. Die looten mich beide gerade. Jetzt kommt einer zu euch hoch. Ist jetzt an der Stufe. Jetzt hoch. Andere kommt hinterher. Ja. Hab einen. Da. Ach. Er hat ihn schon. Brauch ich nicht mehr hochgucken. Alles klar. Ach. F1 war das. Alles klar. Da ist noch einer. Ich will ihn reviven. Hab ihn. Ohne erschossen zu werden. Jeder Scharfschütze wartet nun drauf. Ihr bei. Mega Schätzchen Mensch. Du musst auf dich aufpassen. Turm. In der Nähe. Du bist bei Turm 2 in der Nähe. 2. Also ich sehe auf. Ja du bist zwischen Turm und. Turm 2 und Turm 4. Bla. Ich flieg jetzt. Richtung Turm 2. Also. Ne. Warte mal kurz. Turm 4 meine ich. Geh da runter. Ja. Ja. Das war ich jetzt nicht. Das war ich. Aber ich hab ihn auch gekillt. Ist auf Dach runter gekommen. Alles klar. Ja. Auf. Da ist ein Haus. Im Haus rechts. Nicht freilassen. Wer auch immer da gerade gerannt ist. Greg Pipe und. Äh. Failort. Seht ihr. Zu der Leiche von. Von Wesker. Ja. Müsste Wesker sein. Da. In dem Haus ist der Typ drin. Da ist doch gerade einer von uns rein oder nicht. Ne. Ne. Der liegt tot vorne. Ah ne. Bist du wieder down oder was? Ich bin down. Ja ja. Ja er ist down. Ich beobachte das gerade. Ja. Da. Retter. Seh dich. Seh dich. Seh dich. Seh dich. Er geht rein. Er ist down. Ihr könnt ihn holen. Ich hol ihn. Ich hab keinen Scan. Wo sie? Ich seh ihn nicht mehr. Rechts. 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 Ach da. Pass auf. Das ist noch einer. Wo? Bei dem kleinen Haus in Anlehnung. Ich versuch das zu überwachen. Er rennt weg. Er rennt weg. Du kannst. Du bist safe. Der rennt nach rechts weg. Ich komm gerade hinter dir. Ich tol dich Hanni. Jo. Er kommt wieder zurück. Er kommt wieder zurück. Dann hau ihn weg. Kann ich nicht. Ist an der Mauerseite. Innenseite. Wie rechts von mir oder was? Ja. Hinter dir. Er hab mich. Er hab mich. Pass auf. Er kommt. Auf die Straße zu. Ja. Dank dir. Hanni. Vorsicht. Da ist noch hinter der Wand. Direkt links jetzt. Alles klar. Hab dann? Ich weiß nicht. Negativ. Der hockt hier noch. Da hat einer auf euch mit. Da ist er. Ich seh ihn. Der Penner stirbt nicht. Warte. Hilft euch einer? Geht er down? Ja. Sehr gut gemacht. Ja ja. Entweder schießt da einer zum Turm oder erschießt jemand aus dem Turm. Zwei Leute. Zwei Leute. Zwei Leute kommen rechts umgreifend. Rechts? Sind die schon am Heli vorbei? Äh. Ne. Okay. Einer ist im Turm drin. Einer ist im Turm. Habe ich einmal getroffen. Da rennt noch einer hin gerade. Kleinturm? Der dahinter? Der hinten. Der aussieht wie so ein Mauerturm. Alles klar. Komm mal. Tot. Du. Jo. Dick Murphy. Ich, äh, revive ihn. Ich kann auch. Ich finde das schön, wenn ich von hinten so ein kleines Quad anscheppern würde. Ami vorbei. Er steigt ab. Oh, da hinten. Hier natürlich ein Sportfahrzeug. Und kaputt. Geh mal weg. Einen hab ich. Zwei hab ich. Wie geil ist das denn? An der Kuppel ist ein Gegner gelandet. Hab ich gesehen, warte. Das sind. 500 Meter. Ich versuch grad zu sehen, wo der Typchen ist, der mit dem Heli da oben gelandet ist. Weil der ist nicht oft zu finden. Da fährt jetzt grad ein Strider hoch. Achso. Die bekriegen sich. Zwei Strider. Sniper. Und der Sniper ist hier. Hier. hab ihn okay war doch da das war jetzt noch mal Zufall aber die Schützkarte ist so komisch ich weiß nicht wo ja der MG Typ hat dich halt nicht weggekriegt und dann dachte ich helfe ihm kurz das war so lustig ey ich hab da so ein Heli an Hummingbird landen sehen und ich so okay das wird mein erster Frag so weiß ich hab ein bisschen gebrochen um mich da hin zu bewegen lag ich da erstmal eine halbe Stunde ich denke das ist doch nichts warum schießt der da drauf ich dachte das ist ein Stein und dann denke ich mir so oh really so einfach da